So, hallo nochmal. Wir waren das letzte Mal bei einem großen Thema stehen geblieben, maximale Flüsse. Vielleicht nur nochmal ganz kurz, das ist ja schon eine Weile her, vor Weihnachten, zur Rekapitulation. Gegeben ist ein gerichteter Graph und wir haben auf jeder Kante eine Kapazität, eine nicht negative Kapazität ohne Einschränkung. Ohne Einschränkung sogar eine positive Kapazität, weil bei Kapazität 0 eh nichts passiert auf der Kante. Wir haben außerdem zwei Knoten gegeben, einen Quellknoten und einen Senkenknoten, S und T meist abgekürzt. Und wir wollen einen maximalen Fluss von S nach T durch dieses Netzwerk durchschicken. Das heißt, jede Kante bekommt eine Bewertung, einen Flusswert, eine reale Zahl. Die muss zwischen 0 und der oberen Kapazität, der oberen Schranke sein. Das ist die Kapazitätsbedingung. Und konstituierend für Flüsse ist die Flusserhaltungsbedingung, dass für jeden Knoten außer S und T, wenn wir uns irgendeinen Knoten hernehmen, der nicht S oder T ist, sondern irgendein anderer Zwischenknoten, dann muss die Summe der Flusswerte auf den Kanten, die hineinführen in diesen Knoten gleich die Summe der Flusswerte sein, derjenigen Kanten, die aus dem Knoten hinaus führen. Das heißt also, genau der Fluss, der reingeht, muss auch rausgehen. Es gibt dort keinen Verlustanfluss und es gibt auch keine Erzeugungsanfluss, sondern es ist eben nur ein Durchfluss. Wir haben uns einige Algorithmen dazu angesehen. Der Grund, warum ich dieses Thema so intensiv behandle, ist einfach der, dass da sehr viele algorithmische Ideen verschiedenster Art, Denkweisen gut darstellbar sind. Wir werden aber jetzt doch langsam aber sicher mit dem Thema abschließen können. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben beim Algorithmus von Dinnitz. Der hat mehrere Schreibweisen im Deutschen. Es ist ein russischer Name, also die Umschriften. Manchmal finden Sie es mit C wie hier, manchmal mit TZ. Es ist aber immer dieselbe Person. Die Idee ist folgende. Wir waren ausgegangen vom Algorithmus von Ford Falkerson. Das heißt also, sukzessive in einer Schleife finden wir in jeder Iteration einen flusserhöhenden Pfad. Das heißt, ein Pfad, der vorwärts- und rückwärtskanten enthalten kann. Entschuldigung. Ein Pfad, der vorwärts- und rückwärtskanten enthalten kann. Von S nach T. Aber bei einer Vorwärtskante, eine Vorwärtskante darf nicht am oberen Anschlag sein. Eine Rückwärtskante darf nicht am unteren Anschlag bei Null sein. So, dass wir also tatsächlich einen Wert größer Null drauf addieren können. Positiv auf Vorwärtskanten, negativ auf Rückwärtskanten. Und zwar größtmöglichen Wert. Das heißt also, was an residualen Kapazitäten da ist. Bei einer Vorwärtskante die Differenz zur Kapazität. Bei einer Rückwärtskante die Differenz des Flusses zu Null. Davon nehmen wir das Minimum. Und wenn wir diesen Wert an zusätzlichem Fluss über diesen Pfad rüberschicken, dann sind die Flusserhaltungsbedingungen weiterhin erhalten geblieben. Das haben wir gesehen. Und mindestens eine der Kanten ist jetzt saturiert worden. Nämlich da, wo dieses Minimum angenommen worden ist. Das war der erste einfach Algorithmus. Und wir haben gesehen, wenn es keinen flusserhöhenden Pfad mehr gibt, dann ist der Fluss maximal. Das war eine Aussage innerhalb des Max-Flow-Mint-Cut-Theorems. Ähren Sie sich vielleicht noch dunkel dran. Dann haben wir eine scharfsinnige Spezialisierung betrachtet. Nämlich, dass wir nicht immer irgendeinen augmentierenden Pfad, flusserhöhenden Pfad von S nach T suchen. Sondern immer einen mit geringster Kantenzahl unter denen, die flusserhöhend sind. Und haben festgestellt mit einer scharfsinnigen Analyse, dass die Länge eines kürzesten Pfades bezüglich Kantenzahl, dass die immer nur wächst. Dass wir also keine neuen flusserhöhenden Pfade erzeugen, die geringere Kantenzahl haben. Und dass sie oft genug tatsächlich wächst, also nicht nur monoton steigend ist, sondern oft genug tatsächlich mindestens eins höher geht. Dass wir eine gute obere Schranke für die asymptotische Komplexität beweisen konnten, in die nicht mehr die Kapazitätswerte eingegangen sind. Bei Fort-Volkerson mussten wir noch so argumentieren, naja, in jedem Schritt das Schlimmste, was uns passieren kann, bei ganzzahligen Kapazitäten ist, dass wir höchstens um eins den Fluss erhöhen. Und das kann halt so häufig passieren, wie wir an Kapazität insgesamt im Fluss haben. Dieser Input-Parameter für die asymptotische Komplexität fällt weg. Wir haben tatsächlich da nur noch die Knoten- und die Kantenzahl als Argumente der asymptotischen Komplexität. So, das haben wir schon lange hinter uns. Und was wir beim letzten Mal angefangen haben, oder sehr weit gekommen sind schon, ist der Algorithmus von Diniz, der noch einen Schritt weiter geht und sagt, ich berechne nicht in jeder Iteration einen einzigen kürzesten Pfad. Ich berechne nicht nur einen kürzesten Pfad, sondern ich berechne das Netzwerk aller kürzesten Pfade. Und die muss ich, wenn ich die alle blockiere, so wie ich einen einzelnen Pfad blockiere, wenn ich die alle blockiere, wenn ich da einen Fluss drüber lege von S nach T durch dieses Netzwerk aller kürzesten Pfade, dann habe ich damit alle Pfade dieser Länge blockiert. Ich kann wieder, selber Argumentationen wie bei Edmunds Carp, wie bei der Variante von Ford Falkersen mit immer kürzesten Pfaden zu wählen. Ich kann wieder argumentieren, es kann natürlich sein, dass ich neue flusserhöhende Pfade dadurch konstruiere. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Aber diese neuen flusserhöhenden Pfade werden länger sein. Das heißt also, mit jedem dieser Schritte, in jeder Iteration, Netzwerk aller kürzesten Pfade hernehmen, also alle Kanten, die auf kürzesten Pfaden liegen, alle Knoten insgesamt hernehmen, blockierenden Fluss reinsetzen, und damit von Iterationen und diesem blockierenden Fluss natürlich dann auf den aktuellen Gesamtfluss drauf addieren. Mit dieser Vorgehensweise haben wir die Länge eines kürzesten flusserhöhenden Pfades in jeder Iteration um mindestens eins erhöht, sodass die Anzahl der Iterationen beschränkt ist durch die maximale Länge eines kürzesten Pfades und ein kürzester Pfad ist zykelfrei natürlich. Kürzester Pfad bezüglich Anzahl der Kanten ist zykelfrei. Das heißt also, kann höchstens n-1 Kanten enthalten. Das heißt, in O von n Iteration ist dieser Algorithmus fertig. Wir müssen in jeder Iteration einen blockierenden Fluss im Netzwerk aller kürzesten Pfade finden. Wenn Sie so wollen, in der Vereinigung aller kürzesten Pfade. Diese Vereinigung lässt sich leicht finden mit einer einzigen Breitensuche. Damit haben Sie auf einen Schlag diese möglicherweise exponentiell vielen verschiedenen Pfade gefunden. Sie müssen die Pfade nicht einzeln betrachten, sondern Sie betrachten das ganze Netzwerk. Nochmal zurück, blockierender Fluss hatten wir schon gesehen. Der Unterschied zwischen einem maximalen und einem blockierenden Fluss ist im Wesentlichen, dass es keine flusserhöhenden Pfade mehr gibt, die nur Vorwärtskanten enthalten. Das war unsere erste intuitive Idee. Wir suchen gerichtete Pfade von S nach T, die jeweils Restkapazität haben und erhöhen Fluss darüber, haben aber an einem Beispiel gesehen, dass man damit nicht den maximalen Fluss bekommen kann. Aber was man trivialerweise bekommt, ist ein blockierender Fluss, nämlich wo jeder Pfad von S nach T, der gerichtet ist, irgendwo eine saturierte Kante enthält. Das ist ein blockierender Fluss und natürlich ist ein blockierender Fluss kein maximaler Fluss, aber umgekehrt ist ein maximaler Fluss immer auch ein blockierender Fluss. Wenn es maximaler Fluss heißt, es gibt überhaupt keine flusserhöhenden Pfade. Insbesondere gibt es natürlich keine flusserhöhende Pfade, in der die Kanten alle vorwärts sind. Also ist es auch ein blockierender Fluss. So, das ist ein blockierender Fluss und wir wissen jetzt, dass wir nur in jeder Iteration im Prinzip einen blockierenden Fluss berechnen müssen, den drauf addieren auf den aktuellen Fluss, schrittweise, solange wieder Abbruchbedingungen, bis es keine flusserhöhenden Pfade mehr gibt. So, ich sollte noch mal dazu sagen, seit letztem oder vorletztem Mal sind wir dazu übergegangen, immer im residualen Graphen zu arbeiten. Das heißt also, wenn eine Kante mit dem Fluss da drauf eine Restkapazität hat, nicht am oberen Anschlag ist, dann gibt es sie in dieser Richtung im residualen Graphen. Wenn es positiven Fluss drauf gibt, also die Kante ist nicht auf dem unteren Anschlag, dann gibt es eine Rückwärtskante. Und in dem Resul-Graphen können wir einfach nur nach Vorwärtspfaden suchen, wenn wir völlig analog dazu, völlig equivalent dazu, im ursprünglichen Graphen nach Pfaden suchen, die Vorwärts- und Rückwärtskanten enthalten. Aber immer mit der Bedingung natürlich Vorwärtskanten nicht am oberen Anschlag, Rückwärtskanten nicht am unteren Anschlag. Diese Bedingung wird durch den Resul-Graphen gerade übersetzt in einen dazu parallelen Graphen, wo sie genau eine Kante drin haben, wenn diese Bedingung erfüllt ist. So, die Frage ist jetzt, wie kriegt man so ein Blocking-Flow raus? Wir werden uns schnell zwei Varianten dazu anschauen. Ich sehe gerade, ich hoffe, ich habe Netzverbindung. Den einen hatte ich vergessen hochzuladen vorher, aber durch die Netzverbindung war das jetzt kein Problem. So, was hat sie jetzt sich selber überlegt? Das ist im Prinzip eine ganz einfache Sache. Mal gucken, ob ich Ihnen das so ohne große Bilderchen nahe bringen kann. Schauen wir mal. So, wie hat sich denn es selber vorgestellt, einen Blocking-Flow zu berechnen, der von S nach T in einem Netzwerk bestehend aus den, ja in einem a-zyklischen Netzwerk letztendlich. Mehr wird gar nicht verlangt, wird gar nicht gebraucht hier. Das Netzwerk aller, die Vereinigung aller kürzesten Kanten, können Sie sich leicht überlegen, ist natürlich a-zyklisch. So, also, wir wollen einen Blocking-Flow berechnen. Das ist eine Schleife. Die Invariante ist, dass der Fluss immer zulässig ist. Das haben wir bis jetzt bei allen Algorithmen gesehen. Wir werden noch zu Algorithmen kommen für maximale Flüsse, wo der Fluss zwischendurch nicht zulässig ist. Die Anzahl der Kanten wird verringert. Was wir tun ist, alle, ganz brutal, alles, was nicht benötigt wird, an Kanten wird rausgeschmissen. Das können wir uns bei maximalen Flüssen nicht leisten, aber wenn es nur darum geht, einen blockierenden Fluss zu berechnen, können wir uns das leisten. So, die Abbaubedingung ist dieselbe wie immer. Es gibt keinen flusserhöhenden Fahrt mehr. Blocking Flow wollen wir nur berechnen. Es gibt keinen flusserhöhenden Ordinary, keinen flusserhöhenden Fahrt von S nach T mehr, der nur Kanten in Vorwärtsrichtung enthält. Mehr wollen wir ja bei Blocking Flow nicht erreichen und mehr müssen wir auch nicht erreichen, um eine Iteration des Algorithmus hinzubekommen. So, der Induktionsanfang, die Initialisierung ist immer dasselbe oder fast immer dasselbe. Wir fangen mit irgendeinem zulässigen Fluss an. Das könnte der Nullfluss sein. Das heißt, alle Kanten haben Flusswert 0. Das ist ein zulässiger Fluss. So, wie läuft jetzt der Algorithmus schrittweise ab? Wir haben schon bei Fort Falkerson, um flusserhöhende Pfade zu berechnen, gesehen, es macht Sinn, zum Beispiel eine Tiefensuche zu machen. Wir können auch eine Breitensuche machen, dann finden wir einen kürzesten Pfad. Hier machen wir eine Tiefensuche aus bestimmten Gründen. Erstens mal, was immer sinnvoll ist bei einer Tiefensuche, wenn wir einen bestimmten Zielknoten erreichen wollen und wenn wir zufrieden damit sind, dass wir ihn auf irgendeinem Weg erreicht haben, dass wir frühzeitig die Tiefensuche beenden, nämlich dann, wenn wir von S aus starten, beim Zielknoten T angekommen sind. Aber hier kommt jetzt die große Änderung, was man bei normaler Tiefensuche tun ist, nicht machen sollte. Wann immer wir rückwärts gehen in der Tiefensuche, heißt das hier, dass es dort, wo wir jetzt gerade sind, nicht mehr nach T weitergeht. Und wenn es da nicht mehr nach T weitergeht, wenn wir blockierende Flüsse nur berechnen wollen, keinen maximalen Fluss, müssen wir nicht berücksichtigen, dass es, wenn wir einmal in einer Richtung über eine Kante gegangen sind, dass wir dann später vielleicht nochmal in die andere Richtung über diese Kante gehen. Von hier aus, von dem Knoten aus, wo wir gerade in der Tiefensuche stehen, nach T ist alles blockiert. Und das reicht. Wir wollen ja nur blockiert. jeder Pfad von diesem aktuellen Knoten, wo die Tiefensuche steht, nach T enthält eine Kante, die schon saturiert ist. Und wenn das schon der Fall ist, dann brauchen wir diesen Knoten nicht mehr und den können wir gefahrlos löschen. Und wenn wir diesen Knoten löschen, dann müssen wir sogar die inzidenten Kanten löschen. Wenn wir einen Knoten löschen, müssen wir natürlich die Kanten löschen, die da dranhängen. Was soll das sein, eine Kante, die nur einen Knoten hat? Und wenn wir nach der Tiefensuche T nicht gesehen haben, dann, wenn die Tiefensuche zu Ende ist, wenn wir also S praktisch damit auch gelöscht haben, ganz zum Schluss würde auch S gelöscht werden, der Startknoten, dann heißt es, wie ich eben gesagt habe, vom aktuellen Knoten der Suche nach T ist jeder Pfad blockiert. S wird am Ende gelöscht, wenn die Tiefensuche wieder nach S zurückkommt und nicht mehr weiterkommen kann, dann heißt es nach derselben Logik, von S nach T ist jeder Pfad blockiert. So, falls T doch gesehen wurde, also falls wir mit dieser Tiefensuche doch nach T angekommen sind, haben wir einen Pfad gefunden von S aussuchend, nämlich den Pfad, der in der Tiefensuche im Tiefensuchbaum bis T geführt hat und dann machen wir dasselbe wie immer, nämlich wir gucken uns an, was sind die Restkapazitäten auf diesem Pfad, nehmen die kleinste dieser Restkapazitäten und erhöhen entlang dieses Pfades um diese minimale Restkapazität von allen Kandidaten drauf sind, sodass wir also diesen Pfad blockiert haben. Wir haben nicht nur diesen Pfad blockiert, sondern wir haben alle Pfade blockiert, die über diese Kante gehen. Also wir müssen nicht diese exponentiell vielen verschiedenen Pfade, die es möglicherweise geben könnte, alle einzeln blockieren, das wäre ja brutaler Aufwand, dann können wir es gleich lassen, sondern wir haben natürlich damit eine ganze Menge dieser exponentiell vielen Pfade schon für sich erledigt. Und diese Kante können wir dann aus dem Spiel wieder rausschmeißen, weil wir hier, wenn wir nur blockierende Pfade haben wollen, dann reicht es immer nur den Fluss zu erhöhen, niemals zu vermindern. Wir müssen, um einen maximalen Fluss zu haben, müssen wir unter Umständen sehr häufig auch mal Fluss wieder vermindern, indem wir rückwärts gehen. Das brauchen wir hier nicht. Und deshalb, wenn eine Kante am oberen Anschlag ist, dann ist sie aus dem Spiel, dann können die Variante erfüllt, wo ist die Variante? Da, dass die Anzahl der Kanten auf jeden Fall reduziert wird. Und wenn die Anzahl der Kanten immer reduziert wird, dann kann in jeder Iteration dann ist natürlich klar, dass das nicht ewig so weitergehen kann, sondern die Anzahl der Iteration kann nur Anzahl Kanten häufig sein. So, die Variante impliziert Terminationen, nicht nur irgendwann Terminationen, sondern sehr schnelle Terminationen und die Abbruchbedingung sagt, dass der Fluss blockierend ist. Hier, T ist nicht gesehen, wir haben von S nach T keinen nicht blockierten Pfad mehr. So, und die Komplexität ist, naja, ganz einfach, wir haben Anzahl Kanten, viele Iterationen, so ganz einfach ist es nicht, aber es ist trotzdem nicht zu schwer. Also, wenn wir ganz primitiv analysieren würden, was die asymptotische Komplexität ist, dann würden wir herausbekommen, Anzahl Kanten zum Quadrat. Warum? Wir haben eben festgestellt, die Anzahl der Iterationen ist gerade Anzahl Kanten, ein Faktor, und wie viel kostet eine Tiefensuche? Nochmal Anzahl Kanten, also Anzahl Kanten zum Quadrat. Hier wird jetzt behauptet, dass die asymptotische Komplexität sogar besser ist, Anzahl Knoten mal Anzahl Kanten, nicht Anzahl Kanten zum Quadrat. Und da geht jetzt ein, was wir hier gemacht haben, wann immer wir rückwärts gehen, von einem Knoten aus, schmeißen wir den Knoten raus, sodass der auch für weitere Iterationen nicht mehr da ist. Das heißt, von jedem Knoten gehen wir nur ein einziges Mal rückwärts. Und das heißt im Prinzip, wenn Sie die Anzahl der Vorwärtsschritte minus der Anzahl der Rückwärtsschritte in einer Suche vorwärts rückwärts vorwärts rückwärts Sie können insgesamt nur bis Sie nach T gekommen sind nur n Mal häufiger vorwärts als rückwärts gegangen sein. Insgesamt. Denn jedes Mal, wenn Sie vorwärts gegangen sind und in die falsche Richtung gehen Sie wieder rückwärts in eine Richtung, wo es nicht weiter geht und in eine Richtung, wo es weiter geht bis T da gehen Sie niemals in dieser Iteration in dieser Grafensuche rückwärts. Sie können maximal n Mal mehr vorwärts als rückwärts gegangen sein. Dieser Faktor n ist die Anzahl der Vorwärtsschritte in dieser Iteration und die Gesamtzahl der Rückwärtsschritte kann nur insgesamt n sein, denn jedes Mal löschen wir einen Knoten und für die weiteren Iterationen ist er nicht mehr da. Das heißt, wenn wir wirklich jede einzelne Iteration für sich betrachten, kann da schon mehr Aufwand sein als O von n für diese Iteration. Aber für die Gesamtzahl der Iterationen zusammengenommen ist der Aufwand nur O von n mal m. Das ist ein Denkmuster, was Sie sich vielleicht im Nachgang nochmal versuchen müssen genauer zu überlegen. Solche Denkmuster dieser Art werden uns noch ein paar Mal begegnen. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür, nämlich amortisierte Analyse. Ich weiß nicht genau, was der Gedanke hinter dieser Formulierung amortisierte Analyse ist. Sie wissen ja, was amortisieren heißt. Investitionen amortisieren sich. Aber ich vermute mal, es geht so in die Richtung, wenn man in einer Iteration viel Aufwand hatte, muss zwangsläufig aufgrund dieser Argumente in anderen Iterationen wenig Aufwand sein. So wie ich zum Beispiel sage, ich möchte gern die GDE2 in den nächsten Semestern halten, damit sich der Aufwand, den ich 2013 reingesteckt habe, sich dann amortisiert. Ich habe da viel Aufwand reingesteckt, jetzt habe ich die GDE2 in der Schublade, jetzt werde ich dementsprechend weniger Aufwand reinstecken, um die wieder machen zu müssen. Ich denke, nach einer ähnlichen Logik ist der Begriff amortisierte Analyse, ist vielleicht eine Vorstellung, eine Analogie, die auch hilft, die Logik zu verstehen. Gibt es da an dieser Stelle von Ihrer Seite aus konkrete Fragen? Gut, ich meine, die Fragen werden sicherlich auch dann, wenn Sie sich ein weiteres Mal oder noch einmal damit beschäftigen, werden sicherlich kommen. nach der bisherigen Erfahrung, seitdem ich die Vorlesungsaufzeichnungen mache, gibt es gar nicht mehr so viele Verständnisfragen, mit denen ich konfrontiert werde. Also anscheinend bringen die Vorlesungsaufzeichnungen durchaus etwas fürs Verständnis, was ich aber natürlich nicht davon abhalten soll, wenn ich das jetzt so sage, nicht davon abhalten soll, mich zu kontaktieren, wenn Sie Verständnisfragen haben, übers Forum, über E-Mail, persönliche Ansprache, gegebenenfalls einen Termin ausmachen, wenn es etwas Komplizierteres ist. So kann man nach dem Vorschlag von Dinitz, nach seinem eigenen Algorithmus einen Blocking Flow berechnen. Es gibt einen besseren Algorithmus in Bezug auf asymptotische Komplexität, der allgemein bekannt ist unter dem Namen Drei Inder Algorithmus. Das hat eine einfache profane Erklärung, warum der so heißt. Warten Sie mal irgendwo. Hier unten sehen Sie die drei Namen und nicht in jedem Kulturkreis ist es einfach, sich diese drei Namen zu merken, obwohl zwei davon ja noch relativ einfach sind. deshalb hat sich es eingebürgert vom Drei Inder Algorithmus zu reden. Sie kennen ähnliche komische Konstruktionen. Sie kennen vielleicht das Gang of Four Book. Das ist das einführende Buch zu Design Patterns. Design Patterns haben Sie sicherlich in Eise oder irgendwo gesehen. Da kann sich auch keiner merken, wer die vier eigentlich genau sind. Deshalb heißt es Gang of Four Book. Und ähnliche Sprachregelungen gibt es. Übrigens, soweit ich weiß, ich habe mich hin und wieder mal mit Leuten aus dem indischen Bereich, aus dem Subkontinent unterhalten. Anscheinend haben Deutsche es relativ einfach, diese Namen korrekt auszusprechen. Die deutsche Aussprache kommt der korrekten Aussprache sehr viel näher als beispielsweise Englische oder Französische. Also Leute, die das als Muttersprache haben. So, wir wollen wieder einen Blocking Flow hier berechnen. Dasselbe wie eben. Es ist wieder eine Schleife. Ja, das ist, vielleicht sollte ich mal ganz kurz zwischendurch was dazu sagen. Die meisten Algorithmen hier in dem Wiki, die ich hier so reingebastelt habe, sind Schleifen. Sie wissen, dass man jeden Algorithmus prinzipiell entweder als Rekursion oder als Schleife formulieren kann. Ein paar grundlegende wie Quicksort und Mergesort habe ich auch als Rekursion formuliert, aber ich denke, in den meisten Fällen ist es einfacher, die Dinge als Schleife zu verstehen und zu implementieren. So, ein Blocking Flow soll wieder berechnet werden, wieder die Invariante, dass der aktuelle Fluss zwischen zwei Iterationen vor der ersten Iteration, nach der letzten Iteration und zwischen zwei Iterationen immer zulässig ist. Und jetzt einen Zacken schärfer. Eben hatten wir die Variante, dass die Anzahl der Kanten echt geringer wird in jeder Iteration. Jetzt wird die Anzahl der Knoten echt geringer. Das heißt also, diese Anzahl der Iterationen, Anzahl Kanten, reduziert sich dann natürlich auf Anzahl Knoten. Und das ist genau das Ziel der ganzen Sache. Wir hatten eben einen Gesamtaufwand von n mal m, Anzahl Knoten mal Anzahl Kanten und jetzt bekommen wir für die Berechnung eines Blocking Flows einen Gesamtaufwand von n Anzahl Knoten zum Quadrat. Eine Verbesserung. Das heißt, für den Gesamtalgorithmus, für DINIS-Algorithmus zur Berechnung maximaler Flüsse, kommen wir auf n hoch 3. DINIS-Algorithmus zur Berechnung eines maximalen Flusses hat n Iterationen und worauf wir jetzt hinsteuern werden, ist, dass jede Iteration davon nur n Quadrat Aufwand hat. n Iterationen, um bis so einen Blocking Flow zu kommen und pro Iteration nur Aufwand n. Ein bisschen komisch, wie das sein kann, denn wir haben ja auch Kanten drin, es sind in der Regel mehr Kanten als Knoten drin, es können quadratisch viele Kanten drin sein in der Anzahl der Knoten und trotzdem hat jeder einzelne Iteration oder trotzdem nicht jede einzelne Iteration hat den Aufwand n, O von n, sondern insgesamt kommt wieder mit einem amortisierten Argument n Quadrat raus. So, die Abbruchbedingung ist wieder dasselbe, kein Pfad von S nach T, flusserhöhender Pfad, der nur aus Vorwärtskanten besteht, das was eben einen Blocking Flow ausmacht, dass es solche Pfade, keine flusserhöhenden Pfade mehr gibt. So, auch hier wieder fangen wir an mit irgendeinem zulässigen Fluss, zum Beispiel Nullfluss, wenn uns nichts Besseres einfällt, und der Induktionsschritt, der ist ein bisschen komplizierter und da werde ich wohl jetzt auf die Tafel zugreifen müssen. So, Formelkram. Ja, Formelkram, aber, wie so häufig bei uns, hat der Formelkram durchaus eine Intuition. Also, ich darf Sie nochmal hier auf diesen Ersatztermin hinweisen, bei der Gelegenheit die später gekommen sind. So, was ist die Intuition? Wir haben jetzt einen von S nach T ein großes Netzwerk, A-Zyklisch, indem wir einen A-Zyklischen Grafen, A-Zyklisch reicht für uns, wir wissen sogar, es ist mehr als A-Zyklisch, das ist ein Schichtgraf, das heißt also, S ist auf Nullter Schicht, diese Knoten sind auf erster Schicht, die nächsten auf zweiter Schicht und so weiter, aber es reicht für uns A-Zyklisch. So, wir wollen einen blockierenden Fluss darin berechnen, das heißt, dass es auf jedem Vorwärtspfad mindestens eine Kante gibt, die saturiert ist, durch diesen Fluss. Es soll weiterhin ein Fluss und S nach T sein, zulässig, Flusserhaltungsbedingungen, Kapazitätseinschränkungen, aber nicht die Bedingung, die man beim maximalen Fluss hat, nämlich, dass es bezüglich Vorwärts- und Rückwärtskanten keine Flusserhöhung im Pfad gibt, sondern nur Vorwärtskanten. So, wir gucken uns von jedem einzelnen Knoten an, in einer Iteration. Gucken wir uns an, wie nennen wir den dort? V nennen wir den. So, von dem gucken wir uns den Throughput an, den, das würde ich übersetzen mit Durchsatz. Was ist dieser Durchsatz? Das ist das, was hier definiert ist. Das ist das, was durch diesen Knoten hindurch fließen könnte, potenziell, an Fluss, wenn wir uns nur die rein- und rausgehenden Kanten dieses Knoten anschauen. Ja, also wir gucken uns an, wie viel Fluss kann hier links reinfließen in diesen Fluss, in diesen Knoten, Entschuldigung, wie viel Fluss kann hier links reinfließen in den Knoten, wie viel Fluss, indem wir einfach die Restkapazitäten aufsummieren, wie viel Fluss kann rausfließen auf diesem Knoten, indem wir einfach die Restkapazitäten derjenigen Kanten aufsummieren, die aus diesem Knoten rausgehen, und von beiden nehmen wir das Minimum. Das ist einfach diese schreckenserregende Formel hier. Wir gucken uns alle Kanten an, die aus diesem Knoten vorausgehen, deren Kapazitäten, alle Kanten, die reingehen, deren Kapazitäten, davon bilden wir das Minimum. So viel kann durch diesen Knoten maximal durchfließen, wenn der Rest des Graphen uns das erlauben würde. Ja, der Rest des Graphen kann natürlich dafür sorgen, dass nicht so viel durchfließt, aber wenn wir uns nur diesen Knoten mit seinen incidenten Kanten anschauen und den Rest des Graphen ignorieren, dann wäre das, was möglich wäre. Ich denke, das ist ein relativ einfaches Konzept, oder? Das kann man verstehen. Ja, so ein Throughput haben Sie an jedem Internetknoten. Diese Logik haben Sie sozusagen. Folklore. So, und jetzt nehmen wir uns einen Knoten her. Also erst mal berechnen wir das in dem ersten Schritt für alle Knoten. Zweitens, da wo der Throughput 0 ist, diese Knoten schmeißen wir raus. Klar, was sollen wir mit denen? Die dazu incidenten Kanten schmeißen wir natürlich auch raus. Was sollen wir mit denen sonst? Und dann wählen wir uns einen Knoten mit minimalem Durchsatz. Von allen Knoten S und T natürlich außen vor gelassen. Von allen Durchgangsknoten wählen wir uns den Knoten V0 mit minimalem Durchsatz. Und ich glaube, es wird jetzt langsam Zeit, dass ich mal ein erstes Foto mache. Ich habe übrigens die Fotos, die ich nicht mehr gefunden habe, wieder gefunden, ohne dass er mir irgendwas Bescheid gesagt hat, hat er hin und her gewechselt, mal sind die Fotos auf der Karte gelandet, mal sind sie im Speicher vom Handy selber gelandet. Da kann ich natürlich lange suchen. So, und das ist das eine Mal der Speicher voll war, lag einfach daran, dass es nicht auf der Speicherkarte war, sondern tatsächlich im Speicher des Handys selber. Deshalb war ich da überrascht, dass mitten in der Vorlesung der Speicher voll war. Also soviel zum Thema Human Computer Interaction. So, wir nehmen uns einen Knoten mit minimalem Throughput her. Und was wir jetzt machen ist, die Idee ist, dass wir den, dass wir genauso viel wie dieser Throughput ist, von hier aus einerseits nach T und von hier aus rückwärts andererseits nach S zurückschicken. Wir sagen einfach, okay, dieser Knoten, dieser Knoten, der soll genauso viel, wie er durchsatz hat, soll tatsächlich auch durchfließen. Das ist eine Idee, die bei maximalen Flüssen nicht funktionieren würde. Deshalb ist das alles so kompliziert mit maximalen Flüssen, aber bei einem Blocking Flow, beim blockierenden Fluss, würde das funktionieren. So, was heißt das? Das heißt, wir legen zunächst mal den gesamten Throughput, den gesamten Durchsatz auf die rausgehenden Kanten, nehmen uns eine Kante her, belegen die bis zum Anschlag, noch eine Kante belegen die bis zum Anschlag und so weiter, bis der Fluss aufgebraucht ist. Also die letzte Kante, die wir so mit Fluss belegen, wird nicht mehr beim Anschlag sein. Also eine von den beiden, da wo der Throughput tatsächlich, eine von den beiden Seiten, die reingehenden Kanten oder die rausgehenden Kanten, sind ja für den Durchsatz verantwortlich, dafür, dass der Durchsatz nicht höher ist. Einer von den beiden mindestens ist der Engpass. Dort packen wir allen Fluss auf die Kanten rauf und das passt gerade. Bei den anderen, also zum Beispiel könnten die reingehenden Kanten der Engpass sein, die Summe der Kapazitäten der reingehenden Kanten ist kleiner als die Summe der Kapazitäten der rausgehenden Kanten, könnte sein, könnte auch genau umgekehrt reingehenden Kanten der Engpass ist für den Durchsatz durch diesen Knoten, dann setzen wir da den gesamten Fluss auf Kapazität und auf der anderen Seite versuchen wir eine Kante nach der anderen zu saturieren. Solange ein Restfluss übrig bleibt, der nicht mehr ausreicht zum saturieren, dann packen wir diesen Restfluss noch darauf. Das ist wichtig für die Laufzeit, dass wir nicht irgendwie den Fluss darauf verteilen, sondern immer strikt vorgehen, eine Kante hernehmen, bis zum Anschlag saturieren, soweit noch Restfluss zum Verteilen da ist, nächste Kante hernehmen, bis zum Anschlag saturieren und 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 bis dann nur noch so ein Rest übrig bleibt, vielleicht wenn wir Glück haben, es könnte zufällig gerade aufgehen, dass das Null Rest zum Verteilen übrig bleibt, aber meistens wird sicherlich noch ein gewisser Rest übrig bleiben, der nicht ausreicht, um die Kante bis zum Anschlag mit Fluss zu füllen, dann wird dieser Rest auf noch eine Kante verteilt. Also die Reihenfolge, in der die Kanten betrachtet werden, ist egal für die asymptotische Komplexität. So, das sollten wir vielleicht dann doch nochmal wieder fotografieren, jetzt mit den Pfeilen dazu. jetzt haben wir erstmal einen Schritt getan in die Richtung vorwärts und in die Richtung rückwärts, indem wir einfach die Kanten, die von diesem Knoten ausgehen, darauf den Durchsatz als Gesamtflusswert verteilt haben. Aber genauso gehen wir weiter vor, das war jetzt nur der erste Schritt jeweils, einer Breitensuche. Eine Breitensuche geht von von 0 aus vorwärts bis T schickt alles weiter nach T. Eine andere Breitensuche geht rückwärts, durchläuft von 0 aus zurück nach S, durchläuft also alle Kanten in umgekehrter Richtung, macht aber im Prinzip damit dasselbe. So, was passiert da da wir Moment, ich muss mal kurz Tafel wüschen. vielleicht sollte ich mal hier in die Vorlesung Werbung einbauen für irgendwelche Getränke oder so, denn jedes Mal wenn ich dann hier nach hinten gehe, um was zu holen, kann ich sagen, zu Hause haben sie jetzt Zeit eine Minute um sich aus dem Kühlschrank das und das Getränk zu holen. Also diese Vorlesung wurde ihnen präsentiert von dass es an vielen Universitäten schon Hörsäle gibt, die nach Produkten oder Firmen benannt sind, wissen sie ja nicht, für einen gewissen Geldbetrag, der meistens geheim ist. Darf dann ein solcher Hörsaal wie hier nicht mehr C120 genannt werden, sondern der muss ich will jetzt nicht irgendeinen Namen auswählen, der muss dann der Produkt XY Hörsaal heißen. Gut, ist sicherlich billiger als so eine SAP Arena oder so etwas. So, wir haben hier irgendwo irgendwo V0 und haben schon den Fluss weiter gereicht und hier sind wir jetzt bei irgendeinem Knoten wie wird der hier genannt Ich denke W ist das jetzt hier so wir warten bei W bis alle Knoten hier die vor W sind fertig abgearbeitet sind Was heißt fertig abgearbeitet das heißt Sie müssen sich vorstellen wir schicken hier durch die einzelnen Schichten des Graphen die jeweils mit Knoten verbunden sind hier so schicken wir den Fluss immer weiter von V0 nach T immer weiter und behandeln dann auch die Knoten jeweils von links nach rechts mit V0 haben wir begonnen da haben wir allen Durchsatz Fluss hier rauf gesetzt und jeden Knoten verarbeiten wir dann weiter also packen ihn in die Queue oder irgendwie wenn diese Knoten die von denen aus dieser Knoten V erreichbar ist wenn die alle schon verarbeitet sind verarbeitet heißt alles was reingekommen ist von links ist nach rechts weiter geschickt worden das heißt also alles was von links gekommen ist bei W schon angekommen und kann jetzt auf die rausgehenden Kanten von W verteilt werden immer wieder nach dem selben Schema ich nehme mir irgendeine aus W rausgehende Kante her und wenn genug Fluss zum Verteilen angekommen ist bei W dann saturiere ich die dann ist natürlich um den Betrag weniger Fluss noch zu verteilen dann nehme ich mir wieder irgendeine Kante die aus W heraus geht her und wenn genug Fluss vorhanden ist noch zu verteilen dann saturiere ich die und so weiter bis dann nur noch so ein kläglicher Rest da ist ich nehme wieder eine Kante her und das was noch an Fluss zu verteilen ist reicht nicht mehr um die Kante zu saturieren na dann saturiere ich sie eben nicht sondern pack nur diesen Fluss drauf und ende also ist das Prinzip so weit klar geworden wie der Algorithmus den Fluss von links nach rechts von V0 nach T verschiebt das funktioniert das ist jetzt der entscheidende Punkt das funktioniert weil wir V0 gewählt haben als den Knoten mit dem minimalen Durchsatz das bedeutet was im W hat einen Durchsatz der mindestens so groß ist wie V0 es kann bei W von links nur höchstens so viel angekommen sein wie wir bei V0 abgeschickt haben das heißt es kann nur höchstens so viel angekommen sein bei W wie der Durchsatz von W ist möglicherweise kommen weniger als das an also können wir das was da angekommen ist ist nicht zu groß das können wir alles auf die aus W heraus gehenden Kanten verteilen so sie hatten sich zuerst gemeldet und dann sie die müssen nicht saturiert sein sondern sie müssen sozusagen abgearbeitet sein genau sie müssen nicht saturiert sein die Kanten die K-Kein-Fluss abbekommen die müssen wir dann auch einmal als erledigt dabei müssen wir das nee müssen wir gar nicht die brauchen wir gar nicht anzufassen so jetzt ihre Frage ja okay sie haben recht s sie haben recht s und t können nicht ganz rausgenommen werden denn es könnte natürlich sein dass der minimale Durchsatz gerade bei s bei den rausgehenden und bei t bei den reingehenden Kanten ist okay müsste ich im wiki wahrscheinlich ein bisschen abändern haben sie voll und ganz recht d also entweder nehmen wir s und t entsprechend dazu oder was wir natürlich tun könnten immer ist hier t zu ersetzen durch ein neues t strich was hier unendliche kapazität hat beides ist möglich aber sie haben voll und ganz recht wie es im wiki steht ist ein bisschen zu kurz gegriffen so bevor ich das fotografiere haben sie vorschläge für eine bessere verständlichkeit dieses bildes ich sehe dass da doch einige informationen ein wenig ineinander gewurstelt sind na gut vielleicht fällt einmal später noch was ein wir müssen hier kein bild als die allerletzte wahrheit nehmen so das funktioniert weil eben wir den knoten mit dem wenigsten durchsatz genommen haben das finden sie hier die argumentation die spezifische wahl von v0 sorgt dafür dass das was durchfließt kleiner gleich was da verteilt werden soll an einem knoten kleiner gleich sein durchsatz ist sodass wir da nirgendwo in einen engpass hineingeraten wir können alles was bei einem knoten reinkommt kann an diesem knoten auch wieder raus geschickt werden korrektheit wenn wir einen knoten tatsächlich löschen das löschen wir hier Zero Throughput dann sind alle reingehende oder wenn der Throughput 0 ist brauchen wir uns natürlich mit diesem knoten nicht mehr zu befassen nichts anderes steht hier in dem ersten Satz das heißt also auch Kanten löschen wir nur wenn sie uns nicht mehr weiterhelfen können wenn sie nur auf Faden sind wo davor oder danach schon eine andere Kante saturiert ist dann brauchen wir diese Kante natürlich auch nicht mehr zu betrachten so und das heißt also wenn wir keine Pfade mehr finden dann ist der Fluss blockierend und wir haben glaube ich schon öfters mal diese Formulierung gehabt wenn wir eine asymptotische Komplexitätsschranke bewiesen haben haben wir natürlich trivialerweise insbesondere Termination bewiesen es sei denn in der Schranke steht irgendwo das unendlich drin aber sowas habe ich noch nicht gesehen so jetzt die Behauptung besser als der erste Algorithmus von Dinitz selber dass die asymptotische Komplexität in n Quadrat ist und der entscheidende Punkt dabei ist dieses Verteilungsschema das ich mehrfach betont habe nochmal hier so einen Knoten W auf dem letzten Bild die Logik ist immer dieselbe wir saturieren eine Kante nach der anderen und eine möglicherweise nicht und die anderen gucken wir uns gar nicht an alle anderen Kanten das heißt wir haben wenn wir eine Kante saturieren dann können wir sie rausschmeißen dann brauchen wir sie in weiteren Iterationen nicht mehr zu betrachten also jede Kante kann maximal einmal saturiert werden über die gesamten Iterationen hinweg was uns jetzt bei n Quadrat Gesamtaufwand für alle Iterationen zusammen nichts wehtut m die Anzahl der Kanten kann natürlich höchstens quadratisch so groß sein wie die Anzahl der Knoten passt in einer Iteration wird von jedem Knoten ausgehend nur maximal eine Kante angefasst mit Fluss belegt aber nicht saturiert das heißt in einer Iteration ist die Anzahl der nicht saturierenden Flussbelegungen so groß wie die Anzahl der Knoten höchstens O von n und mehr haben wir ja gar nicht da drin wir haben insgesamt Anzahl Kanten viele saturierende Schritte insgesamt über alle Iterationen hinweg jede Kante die saturiert wird wird rausgeschmissen mehr kann da nicht passieren auf den nicht saturierten Schrittkanten die Kanten die wir angefasst haben wo wir Fluss draufgesetzt haben aber nicht bis zum Anschlag da kann später noch was passieren aber davon haben wir in jeder Iteration nur O von n Fehler das heißt also insgesamt ergibt sich Aufwand O von n Quadrat da ist der Aufwand O von m wie Martha für die saturierenden Schritte enthalten und n Quadrat n Iteration n mal ein nicht saturierender Schritt ist auch enthalten alle anderen Kanten nachdem wir eine Kante nicht saturierend da Fluss drauf gesetzt haben können wir alle anderen Kanten die aus W rausgehen aus diesem Knoten rausgehen ignorieren die fassen wir gar nicht an und wenn wir sie nicht anfassen kosten die uns keine Laufzeit ja also sie sehen dass wir dann teilweise schon subtile Argumentationen da drin haben aber ich kann sie beruhigen wenn sie es einmal wenn es einmal Klick gemacht hat das ist so ein typischer Fall der Groschen muss mal fallen und dann ist es ganz offensichtlich und auch sogar leicht zu merken leicht zu verstehen und leicht zu merken nachdem der Groschen gefallen ist und die Hoffnung ist durchaus berechtigt wenn der Groschen bei einem algorithmischen Argumentation gefallen ist dass er dann sehr viel leichter fällt bei den anderen auch Sie melden sich Die Suche Knoten nach dem meisten Durchfluss passiert nicht jedes Mal die passiert einmal am Anfang und dann können Sie ja bei jedem Flussschritt den Rest throughput entsprechend also wenn Sie auf einer Kante auf einer Kante den Fluss erhöhen dann können Sie in derselben asymptotischen Komplexität können Sie auf den beiden Inzidenten Knoten den throughput sozusagen als Variable verwalten und jeweils reduzieren Sie brauchen nicht jedes also Sie halten sich zweckmäßigerweise um diese asymptotische Komplexität zu erfüllen müssen Sie sich für jeden Knoten den aktuellen Rest throughput den Restdurchsatz der noch möglich ist als Variable verwalten am besten als Attribut an der Knotenklasse dran so etwas und immer jedes Mal wenn Sie in den Rest throughput den Restdurchsatz verkleinert haben entsprechend diese Variable verkleinern das heißt die Verwaltung des Durchsatzes als Variable an jedem Knoten dran erhöht die asymptotische Komplexität nicht ist die Frage geklärt ok dass das nicht aufgenommen wurde ins Wiki liegt im Wesentlichen daran dass ich mir die Frage bei Abfassung des Wikis gar nicht gestellt habe aber es ist sicherlich gibt es sicherlich gute Gründe Sie können übrigens falls Sie schon einen Account haben wenn nicht können Sie sich einen bei mir besorgen Sie können sowas auch selber reinschreiben ja das ist gewünscht schreiben Sie da was rein ich meine rückgängig machen kann man irgendwelche Sachen oder oder entweder noch weiter vorwärts noch weiter verbessern oder notfalls wenn es doch ein bisschen in die Irre gegangen ist rückgängig machen kann man es doch immer ja also das ist auch an Sie alle schreiben Sie wenn Sie irgendwo etwas nicht richtig verstehen Sie können sich gerne nochmal bei mir rückfall gewissern oder zum Beispiel auch die Änderung vornehmen und dann mich darauf hinweisen da ist eine Änderung gemacht worden sind Sie damit einverstanden oder wenn Sie sich Ihrer Sache halbwegs sicher sind das einfach machen ich werde schon gucken dass dass ich dann rechtzeitig bevor es zum Prüfung geht wieder eine Version da ist die auf jeden Fall meiner Sicht der Dinge nicht widerspricht gut gibt es weitere Fragen zu diesem Algorithmus gut dann möchte ich zu einem einer letzten Art von Maxflow Algorithmen kommen Nämlich Nämlich Preflow Push Da möchte ich Ihnen bevor ich in die Details gehe einiges mündlich erst mal erzählen Bis jetzt waren alle Flussalgorithmen von der Form die Invariante war immer mehr oder weniger dieselbe oder die grundlegende Variante nämlich zwischen zwei Iterationen beziehungsweise vor der ersten Iteration beziehungsweise nach der letzten Iteration außerhalb jeder Iteration sind die Kantenbewertungen F ein zulässiger Fluss Kapazitäten sind eingehalten und Flusserhaltungsbedingungen sind eingehalten Und die Tendenz des Algorithmus war dass der Flusswert von Mal zu Mal von Iteration zu Iteration steigt solange bis er maximal wird Das heißt Zulässigkeit ist immer gegeben Optimalität ist ganz am Ende erreicht Klingt ja auch plausibel So würde man algorithmisch sicherlich denken wenn es um ein Optimierungsproblem geht einen Wert zu maximieren oder zu minimieren in diesem Fall zu maximieren Der Preflow Push Algorithmus geht aber anders vor Es ist ein bisschen klingt erst vielleicht ein bisschen komisch aber es wird sich leicht auflösen lassen Dieses Gebilde F was von Iteration zu Iteration verändert wird ist immer optimal aber erst am Ende zulässig Ja Die bisherigen Algorithmen waren immer durch die ganze Laufzeit hinweg zwischen zwei Iterationen immer zulässig am Ende optimal Jetzt haben wir einen Algorithmus der ist immer optimal aber erst am Ende zulässig Was heißt das Also zunächst mal Zulässigkeit Entwarnung die Kapazitätsbeschränkungen werden weiterhin eingehalten Jeder Flusswert ist zwischen Null und der Kapazität der Kante Was sich geändert hat im Punkt Zulässigkeit ist dass wir keinen Fluss mehr haben kein Flow mehr sondern einen Preflow Bei einem Preflow darf in einen Zwischenknoten mehr reinfließen als rausfließt Zulässiger Fluss heißt was reinfließt muss gleich dem sein was rausfließt Preflow heißt Präfluss wird es manchmal auch ins Deutsch übersetzt Das was reinfließt kann auch mehr sein als das was rausfließt Das ist durchaus nicht unplausibel denke ich wenn Sie von der Intuition ausgehen dass tatsächlich in einem Netzwerk der Fluss sich von S aus erst einmal in einen stabilen Zustand organisiert dann fließt erstmal eine Menge Fluss von S raus und an jedem Knoten ist potenziell mehr was da reindrängt als das was bisher schon raus tröpfelt bis nach T und das was nicht das was nicht bis T also was nicht ausreicht für Kapazitäten das das nivelliert sich dann wieder sodass am Ende ein stabiler Fluss herauskommt so das 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 Thema dass dieser Preflow nicht zulässig ist die Flusserhaltungsbedingung darf in eine Richtung verlässt sein es darf mehr rein als rausfließen bei einem Zwischenknoten jetzt klingt das ein bisschen komisch wenn ich sage der ist nicht zulässig aber er ist trotzdem optimal denn Optimalität dass ein Fluss wirklich maximal oder minimal ist bisher nur definiert worden für echte Flüsse wie kann ich dann bei einem Gebilde was kein echter Plus ist sondern nur ein Preflow wie kann ich davon Optimalität sprechen ganz einfach wir haben ein Kriterium wir haben ja mit dem Maxflow mit Cut Theorem ein Kriterium gesehen für die Maximalität von Flüssen nämlich dass es einen saturierten Schnitt gibt dass es einen Schnitt gibt der S von T trennt und von der S-Seite zur T-Seite sind alle Kanten in Vorwärtsrichtung sind am oberen Anschlag kann man nicht mehr rüberfließen lassen von der S-Seite zur T-Seite und alle Rückwärtskanten sind beim unteren Anschlag bei Null kann man also auch durch Reduktion des Flusses darauf nicht noch mehr Fluss von S nach T durchfließen lassen und das ist die Bedingung die hier eingehalten wird es gibt immer durch den Algorithmus hindurch gibt es immer einen Schnitt der ist irgendwo den wissen wir gar nicht den sehen wir gar nicht wir können uns nur blindlings darauf vertrauen wenn wir den Algorithmus korrekt implementiert haben dass dieser Schnitt existiert so und wenn am Ende des Algorithmus die Abbruchbedingung ist ganz einfach nämlich dass es keinen Knoten mehr gibt wo mehr reinfließt als rausfließt das heißt bei jedem Knoten gilt die Flusserhaltungsbedingung es fließt genauso viel rein wie raus denn es ist wir erlauben nicht dass weniger rein als rausfließt wenn kein Knoten mehr da ist wo mehr rein als rausfließt dann heißt es alle Knoten haben die Eigenschaft dass genauso viel rein wie rausfließt das heißt wir haben einen zulässigen Fluss und wenn wir tatsächlich als Invariante durchgehalten haben dass es immer einen saturierten Schnitt gibt dann gibt es den auch am Ende wir haben einen zulässigen Fluss wir haben einen saturierten Schnitt das heißt wir haben nach Max-Flow-Min-Cat-Theorien einen maximalen Fluss ja also das Schöne an der Vorlesung Effizient der Graphenalgorithmen ist diese immer diese schönen Logiken von hinten durch die Brust ins Auge das ist das denke ich was den Mehrwert dieser Veranstaltung über das reine Wissen der Algorithmen hinaus im Wesentlichen mit ausmacht gehen wir also jetzt zum Wiki-Eintrag wir haben wieder das Max-Flow-Problem so wie wir es immer betrachtet haben wie gesagt das ist jetzt die letzte Klasse von Algorithmen zum Max-Flow-Problem wir haben wieder eine Schleife wir haben jetzt ein paar auxiliary data ein paar Hilfsdaten die wir aber jetzt vielleicht mal ganz kurz nochmal überspringen also Sie sehen das Ganze sieht etwas kompliziert aus ist es aber vielleicht doch nicht ganz so gucken Sie mal erst mal auf die Invariante so der erste Aussage ist das was ich eben auch mündlich gesagt habe die Kapazitätsbeschränkungen werden nicht angerührt die Flüsse sind immer zwischen Null und der oberen Schranke wie bisher auch und außerdem das haben wir auch öfters mal noch gehabt wenn alle oberen Schranken ganzzahlig sind dann ist der Fluss ganzzahlig ja wir beginnen mit dem Nullfluss in diesem Fall nicht aber bisher haben wir immer mit Nullfluss begonnen und wir haben immer nur ganzzahlig Fluss verändert also bleibt es immer ganzzahlig so dieser zweite diese zweite Invariante ist die Aussage dass das Ganze ein Preflow ist was ich eben so ein bisschen intuitiv gesagt habe für jeden Zwischenknoten ohne S und T ist das darf das was rein geht größer gleich dem sein was raus geht das ist in dem in dem warum so das ist in diesem Wert E von E von F E F von V V der Knoten F der aktuelle Preflow das ist das E steht für Exzess Überschuss das finden Sie an anderer Stelle wo ich ist das hier irgendwo das finden Sie an anderer Stelle wo ich wo ich die ganzen Graph Max die ganzen Fluss Definitionen gesammelt hatte die ich Ihnen schon mal gezeigt hatte die Seite das Ganze ist ein Preflow vergessen Sie mal hier erst einmal die Invariante Nummer 3 Invariante Nummer 4 heißt wir verwalten welche dieser Knoten die Flusserhaltungsbedingungen verletzen welche die nennen wir die aktiven Knoten das sind die die einen Überschuss größer 0 haben die verwalten wir in einem S was irgendwie eine Implementation einer Menge von Knoten ist eine Liste zum Beispiel eine lineare Liste könnte das einfach sein so wir verwalten zusätzlich die aktiven Knoten die die Flusserhaltungsbedingungen verletzen die die Überschuss größer 0 haben die verwalten wir in dieser Menge von Knoten namens S so die Variante ist vielleicht noch ein bisschen kompliziert was hier erst einmal als ein erster relativ einfacher Einstieg ist ist der Induktionsanfang die Initialisierung also die Invariante die wesentliche Invariante ist dass der dass es zu jedem Zeitpunkt außerhalb von allen Iterationen also vor der ersten nach der letzten Zwischensveriteration dass es immer einen saturierten Schnitt gibt wie kriegen wir das am Anfang am einfachsten hin naja ganz einfach wir nehmen uns wir saturieren einfach alle Kanten die aus S rausgehen ja da setzen wir als Flusswert genau die Kapazität und im Rest des Graphen allen anderen Kanten die nicht aus S rausgehen setzen wir Flusswert 0 das ist kein Fluss mehr an den Knoten die von S unmittelbar durch eine Kante erreichbar ist haben sie tatsächlich einen positiven Überschuss nämlich nämlich das was von S aus direkt über diese Kante da jetzt reingesetzt wurde alle rausgehenden Kanten und alle anderen reingehenden Kanten haben Fluss 0 das ist genau der Überschuss ist ein Preflow weil bei allen anderen Knoten ja ich weiß nicht ist das wird das klar wenn sie machen wir es vielleicht doch sicherheitshalber mal kurz an der Tafel von S aus haben sie ein paar Kanten F von von dieser Kante A setzen sie auf die Kapazität von A und jetzt haben sie hier einen Knoten V und in V haben sie vielleicht von irgendwoher noch reingehende Kanten raus haben sie noch rausgehende Kanten die setzen wir alle auf 0 nur die Kanten die aus S rausgehen die saturieren wir alle anderen setzen wir auf 0 das heißt der Überschuss ich habe das nur mit E abgekürzt von V ist gerade U von A größer 0 und wenn ich jetzt hier einen Knoten W habe dann heißt das der Überschuss von W ist gleich 0 ja reingehende rausgehende haben alle Wert 0 wir haben wir haben einen Preflow und wir haben einen ersten saturierten Schnitt denn dieser erste saturierten Schnitt besteht gerade aus den Kanten die aus S rausgehen es können natürlich auch Kanten nach S reingehen die haben Wert 0 nur bei Kanten die aus S rausgehen setzen wir den Flusswert auf die obere Schranke und damit haben wir S und der Rest des Graphen bilden einen saturierten Schnitt der S von T trennt mit dieser einfachen Konstruktion sind wir schon im Spiel wir haben schon die Invariante diese Kerninvariante dass wir einen Preflow haben und die zweite Kerninvariante dass wir einen saturierten Schnitt haben haben wir schon erfüllt so das mal schnell fotografiert so aber wie geht es jetzt weiter was ist die Idee jetzt müssen wir es muss dafür gesorgt werden dass es immer einen saturierten Schnitt gibt das heißt was wir jetzt machen müssen ist zu versuchen schrittweise und wir werden dann Schritte heißt wirklich jede Iteration behandelt wirklich nur eine Kante ändert den Fluss nur auf einer einzelnen Kante nicht mehr entlang eines Pfades schrittweise diesen Fluss der hier aus S rausgetrieben wurde sozusagen den weiter zu treiben nach T Richtung T nur das wird uns natürlich nicht ganz gelingen denn im allgemeinen ist dieser erste Schnitt nicht der minimale Schnitt irgendwo gibt es engere Engpässe das was wir jetzt aus S alles rausgetrieben haben wird nicht bis T ankommen können im allgemeinen wenn irgendwo auf dem Weg von S nach T ein noch engerer Schnitt ist also mit geringerer Kapazität dann wird dann natürlich der ganze Fluss den wir jetzt aus S rausgeschickt haben nicht alles durchkommen können das heißt also wir müssen irgendwie dafür sorgen dass der Fluss der nicht weiterkommt nach T und nur der wieder nach S zurückfließt natürlich nicht zu schnell nach S zurückfließt erst dann wenn garantiert ist dass dieser Fluss nicht nach T kommen kann darf er nach S zurück Sie sehen Magie pur klingt so ne jetzt die Frage aber um diese Magie tatsächlich in einen Algorithmus umzuwandeln da kommt noch eine Intuition ins Spiel ich bin mir ziemlich sicher dass die Leute ich halte es für sehr wahrscheinlich dass die Leute die diesen Algorithmus entwickelt haben zwei Amerikaner namens Goldberg und Tarjan dass die die ungefähr ähnliche Intuition hatten wie das was ich ihnen jetzt versuche zu vermitteln die die Idee ist dass jeder Knoten stellen Sie sich vor die Knoten sind zunächst einmal auf der Ebene verteilt mit Kanten miteinander verbunden die Knoten sind alle auf der Ebene die Idee ist dass die Knoten unterschiedlich hoch sind über der Ebene unterschiedliche Höhe haben und wenn ein Knoten höher ist als der andere dann kann von dem höheren zu dem niedrigeren Knoten Fluss fließen nach der Schwerkraft so T ist ganz unten T wird im Lauf der Zeit immer die Höhe Null haben das kennen Sie schon Sie haben schon einen Algorithmus gesehen Stichwort Ahuja Orlin wo das auch schon mal war und wir werden zu einer sehr ähnlichen Sache hinkommen T ist immer bei Null S wird immer bei N sein Höhe N sein das sehen Sie sogar jetzt hier schon wird es explizit am Anfang gesetzt aber vielleicht vergessen Sie mal die Details bevor wir in Details gehen ist es wichtig das große Bild zu verstehen ja N wird immer da sein es wird immer auf der Höhe N sein und T wird immer auf der Höhe Null sein sodass wir also eine Tendenz haben dass Fluss von S nach T fließen kann so jetzt kann es aber passieren dass es an einem Knoten nicht mehr weiter runter geht weil diese Kanten alle saturiert sind alle Kanten die abwärts gehen es kann vielleicht noch andere Kanten rausgehen aus diesem Knoten die aber bergauf gehen oder gleiche Höhe haben da fließt nichts hin da wo wo was hin fließen könnte wo es bergab geht ist alles saturiert was wir dann machen ist dass wir die Höhe dieses Knoten erhöhen soweit dass es wieder in andere Richtungen damit erhöhen wir einseitig auch die Kanten die an ihm verbunden sind eine Kante die zuerst runter zu ihm diesem Knoten ging wenn wir diesen Knoten erhöhen dann geht sie plötzlich von diesem Knoten weg runter in die andere Richtung und dann kann da wieder was rüber fließen das machen wir aber nur wenn es tatsächlich nicht weiter geht Richtung t und weil wir da so vorsichtig sind dass wir nur dann einen Knoten erhöhen wenn es definitiv in die Richtung wo es abwärts geht nicht mehr weiter geht dadurch haben wir unter Kontrolle dass wenn es dann dazu kommt dass Fluss nach s zurück fließt dass das wirklich nur Fluss ist der nicht bis t kommen konnte denn wann kann überhaupt nur Fluss nach s zurück fließen von einem Knoten wenn dieser Knoten höher als s ist er muss also schon sehr weit hoch gegangen sein damit überhaupt Fluss wieder zurück fließen kann von diesem Knoten zurück nach s und das heißt also es gibt keine Möglichkeit er musste deshalb so hoch gehen weil es keine Möglichkeit zur Höhe 0 runter zu kommen gibt nach t deshalb muss er so hoch gehen dass es nur noch Möglichkeiten wieder zurück gibt von dem Fluss der dort angekommen ist nicht weiter geht dass der wieder abwärts zurück fließen kann das ist so die grundlegende Idee und die Frage ist jetzt wie wir das in einen Algorithmus umbasteln und wie gesagt im Prinzip ist die Antwort schon beim Algorithmus von Ahuja und Orlin gegeben den sie schon im letzten Jahr hier gesehen haben aber wenn sie das nicht mehr innerlich haben ist auch nicht wichtig wir können wir fangen hier wieder bei 0 an so jetzt kommen wir zu der ausgelassenen Variante vielleicht erinnern sie sich noch so ähnliche Sachen standen bei dem Algorithmus dran das sind die Höhen von denen ich gesprochen habe jeder Knoten hat eine bestimmte Höhe das ist dieses D das heißt ich rede von Höhen hier ist von Distanzen die Rede das ist miteinander verbunden T ist auf Höhe 0 hat auch Distanz zu T gleich 0 und so rein tendenziell nicht hundertprozentig aber rein tendenziell ist es so je weiter weg von T umso höher die Höhe sodass es also durchaus sprachlich nicht ganz ungerechtfertigt ist die Intuition höheren Stufen mit diesem Begriff Distanz zu verknüpfen so was ist ein Valid Distance Labeling das ist die geniale Idee T wir da schon mal hatten es waren das finden sie auch definiert auf der Seite mit allen Definitionen zu Flüssen Nämlich Nämlich die Distanz von T zu sich selber ist gleich 0 und wenn wir eine Kante haben dann ist jetzt muss ich sehen dass ich es nicht falsch rumschreibe die Distanz von W kleiner gleich der Distanz von V plus 1 durch die echten Distanzen ist diese Bedingung erfüllt die echten Distanzen nach T hin von jedem Knoten aus aber es gibt auch andere Belegungen die nicht die echten Distanzen nach T sind und für die das auch erfüllt ist und das halten wir als Invariante fest zusätzlich noch mit der Zusatzbedingung die nicht in dem Begriff Valid Distance Labeling enthalten ist eine zusätzliche Bedingung dass S auf der Höhe N ist das fotografiere ich jetzt sicher selber auch nochmal und diese Distanzwerte mit diesen Distanzwerten steuern wir den Algorithmus steuern wir wohin der Fluss gehen kann sie haben einen Knoten V der Überschuss hat der ist von S nach V ist Überschuss gekommen und den Überschuss wollen sie wenn es geht in Richtung T weiter schicken wenn es nicht geht dann in Richtung S zurück wobei sie das im Algorithmus gar nicht merken sie treffen keine bewusste Entscheidung aha jetzt geht es nach T weiter sie sehen das überhaupt nicht sie sehen nur ganz kurzsichtig fokussiert auf diesen Knoten und seine Kanten das und das können sie machen und ob das dann nach T weitergeht oder nach S zurück geht das sehen sie gar nicht wir schicken Fluss nur dann rüber über eine Kante von V nach W wenn es tatsächlich ein Gefälle gibt von V nach W das heißt wenn diese Bedingung hier mit Gleichheit erfüllt ist diese Ungleichung hier in der Mitte mit Gleichheit erfüllt ist nur dann schicken fluss rüber nach dieser Logik es geht immer nur bergab diese Bedingung hier im Welted Distance Labeling diese Ungleichung besagt letztendlich dass das bergab immer nur einen Schritt gehen kann es kann niemals eine Kante geben die mehr als eine Höhenstufe abwärts geht Kanten mit residualer Kapazität können beliebig aufwärts gehen aber es kann niemals mehr als einen Schritt abwärts gehen das sagt diese Ungleichung hier aus über Kanten mit residualer Kapazität das heißt wenn sie eine riesengroße riesenhohe Knoten haben über der Höhe von S über der Höhe N dann gibt es das ist der entscheidende Punkt jetzt dann gibt es keinen absteigenden Pfad mit resolen Kapazitäten mehr von diesem Knoten nach T weil auf jeder einzelnen Kante würde es nur um ein Zähler runtergehen und wenn dieser Knoten höher als N ist haben sie nicht genug Kanten um auf einem einfachen Pfad ohne Zykel nach T runter zu kommen und das wir sind heute hier am Tag der verqueren Logik und damit das wird jetzt am Ende dieser Vorlesung nicht anders sein das ist die Argumentation dass es einen saturierten Schnitt letztendlich geben muss oder dass man von diesem Knoten aus den Überschuss nicht mehr weiter nach T schicken kann weil es keine residualen Pfad mehr nach T geben kann also wird das Ganze nach S wenn der Knoten so hoch ist dass er Fluss nach S zurück schicken kann dann darf er nach dieser Logik nach dieser Argumentation auch Fluss nach S zurück schicken weil es keinen Weg mehr gibt diesen Fluss nach T weiter zu schicken das werden wir uns beim nächsten Mal noch mal genauer ansehen wir haben jetzt genau Schluss für heute möchte ich mich dann bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken ansehen ansehen Entschuldigung, ich muss gerade schauen. Ich hoffe mal sehr, dass ich da jetzt kein Mist gebaut habe. Ah.